Ja, schön mal wieder bei euch zu sein, das könnte man fast mit dem Weihnachtslied anfangen alle Jahre wieder, aber es ist ja öfter, dass ich einmal da bin, ja, aber schön euch wieder so zu sehen und auch zu sehen, dass die Hütte langsam wieder voll wird, also wenn wir jetzt nicht spekulieren, ob wir jetzt die Corona-Krise komplett überstanden haben, aber es geht wieder aufwärts und es geht wieder weiter. Ja, ich soll euch auch ganz herzlich von meinem Tochterunternehmen grüßen von zu Hause, wer mich nicht kennt, ich sage es nochmal kurz, mein Name ist Jörg Fischer, ich bin Evangelist beim Missionswerk Two All Nations, ich komme aus Bad Sazupen, bin verheiratet und habe zwei Töchter, deswegen von meinen drei Mädels zu Hause einen herzlichen Gruß, die werden heute keinen geistlichen Seitensprung machen, sondern mit ihrer Gemeinde verbunden sein. Weil es wird ja immer wieder gefragt, bring doch mal deine Familie mit, aber ich, der ich gefühlt an 35 Sonntagen woanders bin im Jahr, das wäre dann schlecht, um dann eine Verbindung zur Heimatgemeinde aufzubauen, wenn ich die mal mitbringen würde. Ja, mein Outfit ist vielleicht für euch auch ein bisschen ungewöhnlich, wir rutschen mit so einer Hose vorne auch vor der Kanzel rum, es gab mal die Zeit, da musste man Anzug und Krawatte tragen, das ist auch vorbei, aber so jetzt, das geht dann vielleicht doch schon wieder zu weit. Das liegt daran, dass ich mit meinem Dienstfahrzeug gekommen bin, denn meine Tätigkeit als Evangelist im Missionswerk Two All Nations führe ich meistens unter dem fahrenden Volk aus, das heißt unter den Balkern. Ich habe gestern noch einen Balkergottesdienst gehabt in Duisburg, im Vorfeld haben wir lange überlegt, können wir das überhaupt machen, weil die Wetter-Apps, die haben da über Duisburg gerade zu der Zeit, wo es losgehen sollte, so eine dicke schwarze Wolke gemalt, mit Regenwahrscheinlichkeit 98 Prozent, aber ich bin mittlerweile so weit, ich traue dem Wetterdienst weniger zu als den Prognosen der Zeugen Jehovas, weil die sind wahrscheinlich noch unzutreffender. Was ist passiert? Wir sind da hingefahren, es war alles trocken, der Herr hat gesegnet, ich habe keinen Tropfen Regen abbekommen, auch nicht mal auf der Rückfahrt. Der ganz letzte Rest, den letzten zwei, drei Kilometer auf der Ostwestfalenstraße Richtung was hat es geregnet und dann habe ich gehört, ja vorher ist ein richtiger Wolkenbruch rüber gekommen und zwar überall da, wo wir langgefahren sind, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir langgefahren sind, also Gott segnet auch so. Also wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ihr kennt das, das hat eigentlich eine andere Bedeutung, aber wir durften das mal sprichwörtlich so erleben. Ein Biker wird auf der A44 rausgewunken von der Polizei, die A44 kennt er, das ist das kleine Teilstück von Paderborn nach Bielefeld, also wird von der A44 rausgewunken von der Polizei, die Polizei überholt ihn und dann wird er auf dem Rastplatz ausgewunken und wird angehalten. Und der nette Polizist sagt zu dem Motorradfahrer, nehmen Sie mal bitte den Helm ab, zeigen Sie mal Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere. Und er so, naja, schon ein schlechtes Gewissen, was habe ich denn angestellt, ne, macht so seine Jacke auf, holt so seinen Führerschein raus, holt seine Fahrzeugpapiere raus. Und weiß aber immer noch nicht, was los ist. Wissen Sie, warum wir Sie anhalten? Er so, nee, was habe ich denn angestellt, ne. Ja, wir sind eine halbe Stunde hinterhin hergefahren und Sie sind 44 kmh gefahren. Ja, das stand doch überall auf diesen Schildern drauf, ne, eine weiße 44 auf blauem Untergrund. Haben Sie in der Fahrschule nicht aufgepasst oder was, sagt der Polizist. Nee, was ist denn? Das ist die Nummerierung für die Autobahn, das ist keine Geschwindigkeit. Also bin ich zu langsam gefahren. Ja, deutlich. Sie halten den ganzen Verkehr hier auf. Naja, aber okay, vom Bußgeld wollen wir nochmal absehen, ne, Sie wissen, das ist keine Geschwindigkeitsbezeichnung. Der Polizist will schon wieder reingehen, auf einmal kriegt der Beiker ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ruft den Polizisten zurück. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich muss was beichten. Was denn? Ja, ich bin vorhin den ganzen Vormittag vier Stunden lang hoch und runter die B252 gefahren. Ja, so ist das, wenn man zu gesetzlich ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist mein Thema für heute, sei nicht so gesetzlich. Weiß nicht. Hat dir das schon mal jemand vorgeworfen? Hey, sei doch nicht immer so gesetzlich. Oder hast du das vielleicht anderen schon vorgeworfen? Weil in der Regel ist es nämlich so, dass Gesetzlichkeit eigentlich immer nur für andere gilt, nie für einen selbst. Gesetzlich ist immer der andere, ne? Ist das schon mal aufgefallen? Der andere ist immer gesetzlich. In der Selbstwahrnehmung scheint kein Christ gesetzlich zu sein. Mein Ziel für heute ist es einfach, euch darüber ein bisschen Aufklärung zu geben. Auf der einen Seite, dass wir nicht so leichtfertig mit diesem Begriff umgehen und zum anderen die Schwere eines berechtigten Vorwurfs erkennen. Das ist so mein Ziel. Also nicht so leichtfertig mit diesem Begriff umgehen. Auf der anderen Seite, aber wenn der Vorwurf berechtigt ist, mal nachdenken, ob man nicht was ändert. Sei nicht so gesetzlich. So und um das aufzulösen, müssen wir natürlich erstmal erklären, was das überhaupt heißt, gesetzlich zu sein. Was ist das Gesetz? Was ist gesetzlich? Gesetzlichkeit hat natürlich mit dem Gesetz zu tun. Man ist gesetzlich, weil man sich an ein Gesetz hält. Und in der Bibel wird auch ganz viel vom Gesetz gesprochen. Was ist das Gesetz? Also Jesus selber hat ganz viel vom Gesetz gesprochen. Er hat an mehreren Stellen gesagt, er hat es sehr, sehr oft gesagt, so will es das Gesetz und die Propheten. Also der Begriff war bekannt, nicht nur in unserer heutigen Zeit, sondern auch damals. Gesetz, Gesetz, Gesetz. So will es das Gesetz und die Propheten. Das hat Jesus mehrmals gesagt. Und der Apostel Paulus, eigentlich eher ein ausgesprochener Kämpfer gegen Gesetzlichkeit, sagt dreimal, das Gesetz ist gut. Merkt man was? Das Gesetz ist gut, obwohl er gegen Gesetzlichkeit war. Wer so ein bisschen mal im Neuen Testament reingeschaut hat, der wird das feststellen, dass das so ist. Er sagt dreimal, das Gesetz ist gut. Und falls jetzt irgendwie bei dem Begriff Gesetz oder so eine negative Stimmung aufkommt, der Heilige Geist sagt an mehreren Stellen, einfach gut. So wie der alte Werbeslogan von McDonalds, einfach gut. Das Gesetz ist einfach gut. Denn Gott hat es vermittelt, Jesus hat es gehalten und Paulus hat es erklärt. Also immer wieder und das ganze Neue Testament, erst recht das Alter ist voll mit dem Gesetz. Das Gesetz ist gut. Man müsste eigentlich über den Begriff Gesetz oder Gesetzlichkeit einen ganzen Tag mit mehreren Lehreinheiten machen. Die Zeit haben wir einfach nicht. Und das möchte ich euch auch nicht antun. Aber das wollen wir schon mal feststellen. Das Gesetz ist gut. Und man kann es in der Zusammenfassung sagen, wenn man alle Sachen mal so auf einen Nenner bringt. Das Gesetz enthält die Anweisungen Gottes. Das Gesetz enthält die Anweisungen Gottes, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Das ist doch schon erstmal nicht schlecht. Wie werde ich denn einem lebendigen Gott gerecht? Wie kann ich denn für ihn leben, dass er auch Freude an mir hat? Leider ist in unseren Gemeinden so eine Stimmung reingezogen. Wie kann ich leben, dass ich gesegnet werde? Das ist ja auch gut. Wer will nicht gesegnet werden? Aber was kann ich tun? Was kann ich machen? Wie sollen die Gottesdienste laufen, dass wir gesegnet sind, dass ich gesegnet bin? Aber die Frage, sich mal so zu stellen, was kann ich tun, dass ich Gott gegenüber ein korrektes Leben führe, was ihn freut, das ist schon seltener zu finden. Also, das Gesetz sind die Anweisungen Gottes, um ein korrektes Leben zu führen. Und nach diesen Regeln hat das Volk Gottes über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende gelebt. Da werden zum Beispiel die zehn Gebote. Was ist verkehrt, sie zu halten? Da ist nichts Falsches dran, das zu halten, oder? Deswegen, wenn die also einmal den Vorwurf gibt und sagt, ey, du bist ja so gesetzlich, das ist doch eigentlich eher ein Lob, oder? Oder sagt jemand dir, du bist so gesetzlich eher in vorwurfsvoller Weise und kann das auch belegen, ist das dann berechtigt? Das müssen wir erstmal offen lassen. Also erstmal, das Gesetz ist gut, weil es die Anweisungen Gottes enthält. Ist es ein Vorwurf oder ist es ein Lob? Wir werden das gleich herausfinden. Aber um das genau zu erklären, müssen wir eine weitere Frage stellen. Und zwar nicht nur, was das Gesetz ist, auf den einfachsten Nenner reduziert. Naja, klar, Bibellehrer müssten jetzt sagen, du, du brauchst eine Woche für, um das zu erklären. Aber das ist der einfachste Nenner. Das ist die erste Variante. Das zweite, was will das Gesetz? Und die Antwort ist ganz einfach. Da kann man auch jetzt richtig drüber philosophieren und Nebenwirkungen und Hauptaussagen und Nebenaussagen. Auch mal auf den einfachsten Punkt für einen heutigen Gottesdienst hier in Lemko oder auch in den Übertragungsgeräten. Das Gesetz will einfach nur gehalten werden. Ganz einfach. Es will einfach nur gehalten werden. Und der, der es hält, ist nach dem Urteil der Bibel ein gottwohlgefälliger Mensch. Mensch, um das zu belegen, brauchst du einfach mal, du brauchst ein bisschen länger für diesen Psalm. Aber du müsstest einfach nur Psalm 119 lesen. Dann würdest du das sehen. Derjenige, der das Gesetz halten will oder der es hält, ist ein gottwohlgefälliger Mensch, sagt Psalm 119. Das sagen die Sprüche. Und ein solcher Mensch würde am Ende seines Lebens den Ruhm Gottes ernten. Aber genau da liegt das Problem. Genau da liegt das Problem. Denn nach dem Zeugnis der Bibel, des Alten und des Neuen Testamentes, hat genau das, nämlich es einzuhalten, keiner geschafft. Um sich dann diesen Ruhm Gottes zu verdienen. Das hat bisher noch kein einziger geschafft. Das lesen wir im Neuen Testament an mehreren Stellen. Eine habe ich mal rausgesucht. Römer 3, Vers 23. Für alle hier im Gottesdienst und an den Übertragungsgeräten, da steht das. Wer es nachschlagen will in seiner Übersetzung, ich gebe mal so ein paar Sekunden noch Zeit. Dann habt ihr vielleicht eine etwas abweichende Formulierung, die im Kern aber genau das gleiche sagt. Römer 3, 2, 3. Kann man sich sehr, sehr gut merken. Sie sind alle Sünder und bekommen eben nicht den Ruhm, den sie eigentlich bei Gott haben sollten. Also derjenige, der versucht, durch ein Leben nach Gottes Wohlgefälligkeit sich den Ruhm Gottes zu verdienen, bekommt den Ruhm Gottes nicht, weil er es nicht geschafft hat. Das ist das eine. Das Gesetz wurde nicht gehalten. Bis auf eine einzige Ausnahme. Das ist Jesus. Aber da komme ich später noch hin. Also das wollte das Gesetz. Das Gesetz wollte einfach nur gehalten werden, aber es wollte eigentlich noch eine ganze Menge mehr, um gehalten zu werden. Das begreifen wir aber nur, wenn wir das Gesetz, was hauptsächlich aus dem Alten Testament kommt, die Zehgebote, Dritte Mose, Fünfte Mose, man könnte jetzt einiges aufzählen, wenn man diese Anweisungen Gottes mal im Lichte des Neuen Testamentes sieht. Dann verstehen wir den Sinn dahinter. Das Gesetz im Lichte des Neuen Testamentes. Weil erst das Neue Testament erklärt uns, was es wirklich wollte. Und hier gibt es mindestens zwei Facetten. Das Erste, ich möchte mal von den ganzen Facetten, die es gibt, so wollte ich es sagen, zwei rausgreifen. Um die sich alle anzuschauen, da braucht man zwei, drei Bibelstunden. Aber zwei möchte ich rausgreifen, die uns zeigen, warum für Leute des Neuen Testamentes, die nach dem Neuen Testament gläubig sind, das Gesetz wichtig ist. Und darauf eine Antwort zu geben, wer nun im vorwurfsvollen Sinn gesetzlich ist und wer nicht. Das Erste ist, das Gesetz konnte nicht gehalten werden. Das hatte ich vorhin schon mal erklärt. Wir haben das in Römer 3, Vers 23 gesehen. Keiner bekommt den Ruhm Gottes, weil keiner nach dem Halten des Gesetzes das geschafft hat. Es hat keiner geschafft. Warum nicht? Warum hat man das Gesetz nicht gehalten? Weil der Anspruch des Gesetzes so hoch ist, dass es unmöglich war, es zu halten. Da gehen wir in den Brief des Jakobus, Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber nur an einer einzigen Stelle daneben liegt, so drücke ich jetzt mal frei übersetzt aus, der hat es nicht gehalten. Im Originalzitat, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem Teil verfehlt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Das heißt also, wenn es dir gelingt, alle neun Gebote, pico bello, 100%ig zu halten und du liegst nur einmal ein bisschen daneben, sagt Gott, du hast sie alle nicht gehalten, weil es alles miteinander hängt. Das ist ungefähr so, wenn du eine Kette schmiedest und du bist stundenlang dabei, das zusammenzubauen, das zusammenzusetzen und du nimmst nur ein Glied raus, das ist irgendwie brüchig oder so, dann fällt die ganze Kette auseinander. Dann hast du es nicht hinbekommen. Hast du nicht alles geschafft, hast du es nicht hinbekommen. Das heißt, das Gesetz ist so angelegt, dass es aus einem normalen Menschen einen göttlichen Menschen macht und das hat eben bisher jetzt keiner geschafft. Also, das mit der Göttlichkeit des Menschen durch die absolute und permanente Einhaltung des Gesetzes, das ist gründlich daneben gegangen. Galater 3, Vers 10. Und dass es daneben geht, dass es eben nicht klappt, wir versuchen es, es klappt nicht. Der Maßstab ist hoch und es klappt nicht. Das ist ja wirklich so ein Teufelskreislauf, kann man sagen. Ich möchte Gott wohlgefällig sein, ich streng mich doch an, ich bemühe mich doch und immer wieder geht irgendwas schief. Ja, warum ist es denn dann überhaupt gegeben worden, kann man sich fragen. Warum ist die Messlatte so hoch, kann man sich fragen. Und dieser Grund, den finden wir eben in diesem einen Merksatz. Das ist eine Sache, die das Gesetz will. Das Erste haben wir gesagt, es will gehalten werden, aber das Zweite, der tiefere Sinn hinter der Sache, finden wir hier in dieser Erkenntnis. Es will den Schrei der Verlorenheit aus mir herausbringen. Das ist der Grund. Es will gehalten werden, es wurde aber nicht gehalten mit dem Ziel, dass ich eigentlich merke, ich bin verloren. Weil wir sind doch alle so korrekt. Ja, und wir leben ja eigentlich immer korrekter als früher. Ja, früher hat es die Generation des Dritten Reiches gegeben oder der DDR. Da wurden furchtbare menschliche und politische Verbrechen begangen. Und wir bemühen uns, der Biker fährt immer artig 50 durch die Innenstadt. Und wir sind doch alle so gut, jetzt tun wir sehr, sehr viel für die Umwelt. Ist ja nicht verkehrt. Aber das führt so ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, wir sind doch nicht schlecht. Vielleicht, weißt du was, aus der Berufsbranche, wo ich komme, in der Evangelisation, wird kaum noch Menschen gesagt, du bist verloren. Werden viele, viele andere Dinge erzählt. Das ist jetzt so ein bisschen Kritik am Rande. Aber dass man einfach, wenn man eine Sache nicht hält, komplett durch das Raster fällt, das ist genau das, was das Gesetz eigentlich will. Das Gesetz will, dass ich das erkenne. All mein Streben zielt also jetzt darauf ab, Gott zu gefallen, das klappt nicht und ich scheitere. Römer 7 sagt ganz, ganz viel. Ich möchte mal diese drei Verse aus Kapitel 7 zitieren. Da sagt ein Mensch, der Gott wirklich gefallen will, das könnte von euch kommen, dieser erste Satz, ja? Das könnte von jedem Gläubigen kommen. Ich habe doch Lust an dem Gesetz Gottes, nach meinem inneren Menschen, nach meinem Geist. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das eben genau gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich denn erlösen von diesem Leib des Todes? Das ist genau der letzte Satz, ist die Erfahrung von jemandem, der es immer und immer wieder versucht hat und dann endlich merkt, ich kann mich, ich komme da nicht raus. Ich komme da nicht raus, aus dieser Schleife, Gott zu gefallen. Wer wird mich von diesem Kreislauf erlösen, dass ich das nicht mehr brauche? Gibt es da eine Lösung? Paulus bricht das an der Stelle ab, um es hinterher zu erklären. Wir lassen es aber erst mal auf diesen Punkt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel gewesen ist, in Jerusalem, in der Hauptstadt und dann ist dann diese Klagemauer. Ihr seht das hier gerade, mein Pointer hier, das geht gerade nicht, aber ihr könnt es sehen. Und ich finde das irgendwie, das finde ich irgendwie beeindruckend. Wie die frommen Juden es wirklich zeigen, wir möchten Gott gefallen, wir möchten nicht einfach nur so oberflächlich leben. Wir nehmen das ernst mit den Geboten und dann kommen sie an diese Mauer, ein Teil des letzten Tempels, der dann 70 nach Christus zerstört worden ist. Und dann stehen sie da und wollen Gott beeindrucken, sie drücken ihre Not aus, sie kommen mit ihren Gebetsanliegen. Und irgendwie imponiert mir das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber bedauere ich sie auch, weil die wenigstens von ihnen erkennen, dass sie das nicht halten können. Paulus sagt das in Römer 10, Vers 2, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer haben, aber sie haben es noch nicht richtig verstanden. Sie wollen es immer noch schaffen, sie wollen es immer noch rausdrücken. Ich schaffe es nicht. Das ist genau der Satz, den Gott hören will. Wenn du dich mit Gesetzlichkeit beschäftigst, wenn du die Gebote einhältst, du bist auf einem guten Weg, aber der Satz, den Gott hören will, ist genau dieser eine Satz, ich schaffe es nicht. Endlich sagt Gott, endlich sagt es einer. Endlich hat es einer am Gesetz verstanden, dass er mir mit dem Einhalten religiöser Übungen und Rituale nicht gefallen kann, dass er es nicht hinkriegt, alles zu halten. Und das ist genau das eine Sache von mehreren anderen Sachen, die Gott mit dem Gesetz bezwecken will, dass einer aufsteht und sagt, ich kann es aber nicht. Ja, genau, du kannst es nicht, aber es gibt eine Lösung. Und dann ist Jesus gekommen. Und jetzt ist Jesus gekommen und jetzt meinen viele, die das nicht richtig studiert haben, er hat jetzt alles einfach gemacht. Ich sage mal, jein. Aber wenn man genau hinguckt, was hat er denn gemacht? Ich versuche es euch mal mit einem Beispiel zu erklären, was Jesus gemacht hat. Das ist gerade eine Live-Übertragung von den Olympischen Spielen aus Tokio. Ist ein bisschen eingefroren, da bewegt sich nicht viel Corona-Zeit. Ihr wisst das schon, das ist verschoben worden auf nächstes Jahr. Aber so könnte es fast aktuell aussehen. Das Stadion ist dann auch ein bisschen größer und die Latte liegt wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich möchte es euch mal so sagen. Der aktuelle Weltrekord im Hochsprung ist 2,45 Meter. Und er wurde 1993 aufgestellt. Also ist auch schon fast so alt wie das Gesetz. 1993. Das ist der Weltrekord. 2,45 Meter. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Durchschnittssportler aus irgendeinem Landesverband, Landesleichtathletikverband, Lippe haben wir hier Leute, die im Leichtathletikverband sind, macht so seinen Hochsprung. Naja, ich komme vielleicht gerade über 1,30. Manche kommen 1,80. Das ist schon mal ganz okay. Also für einen Breitensportler 1,80 zu schaffen, das ist schon ordentlich. Und er versucht jetzt, diese Latte da zu überqueren. Und der Weltrekord liegt auf 2,45. Das wird schon mal gar nicht gehen für jeden von uns. Aber jetzt geht es los. Also man versucht alles. Man trainiert. Man macht keine Partys mehr. Man stellt alles zurück. Man sagt Termine ab. Laufen, Muskeltraining, Absprungtraining und so und so weiter. Und dann kommt der große Tag, wo man dann die Latte auf 2,45 Meter gelegt hat und man hat drei Versuche. Das ist das Gesetz. Und jetzt ist Jesus gekommen und wisst ihr, was der macht? Nö, 2,45 reicht nicht. Ich mache mal 4. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Jetzt steht der Leichtathlet vor der Hochsprunglatte und will über 2,45, was er ohnehin schon fast nicht hinkriegt. Aber er versucht zumindest mal. Und Jesus kommt und legt die Latte auf 4 Meter. Aus welchem Grund? Damit der Leichtathlet sagt, das schaffe ich doch nicht. Genau. Das schaffe ich doch nicht. Ich kann so viel trainieren, wie ich will. Ich kann so viel üben, wie ich will. Ich werde die 2,45 Meter ja schon nicht mehr schaffen. Jesus, und du legst sie jetzt auf 4 Meter? Ja, wo hat er denn die auf 4 Meter gelegt? Ich möchte euch mal ein paar Beispiele zitieren. Wir gehen mal ins Matthäus-Evangelium. Das habe ich nicht auf Folie. Das zitiere ich so. Matthäus 5, 27 und 28. Ich schlage es gerade selber auf. Mein Programm braucht ein bisschen, aber das braucht nicht länger, als wenn ihr nachblättert. Da sind wir ungefähr fast gleich schnell. Matthäus 25, Abfest 27. Ihr habt ja gehört. Alter Weltrekord, ja? Alter Weltrekord. Das sind jetzt 2,45 Meter. Ihr habt ja gehört, dass euch gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt geht die Messlatte höher. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur ansieht in ihrem Herzen, um sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Das heißt, Jesus kommt her, erleichtert die Sache nicht, sondern er legt die Messlatte noch höher. Dann kommen wir weiter unten hin zu den Versen 43 und 44. Da sagt Jesus, jetzt muss ich auch einmal kurz blättern, ich habe es gleich. Ihr habt ja gehört, alter Weltrekord. Du sollst deine Nächsten lieben. Jeden zu lieben, auch den doofen Nachbarn, ne? Auch den Vollpfosten im Leistungskurs, ne? Die musst du alle lieben. Ja, okay, kann ich ja mal versuchen. Ja? Du sollst deinen Nächsten lieben. Und deinen Feind hassen. Das ist schon etwas leichter. Aber jetzt geht es von 2,45 Meter auf 4 Meter. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das kann ich nicht. Richtig. Das ist genau das, was Jesus hören will. Und jetzt gehe ich noch in Vers 48 aus dem gleichen Kapitel. Wir sind noch in Matthäus 5. Und jetzt anschnallen, festhalten, euch wird jetzt die Spucke wegbleiben. Und Jesus sagt, darum sollt auch ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Tschüss, jetzt machen wir einen Gottesdienst zu. Jetzt brauchen wir keine Grundtagsveranstaltung mehr, keine Bibelstunden mehr. Es schafft doch keiner. Genau das ist der Punkt. Es schafft keiner. Es kriegt keiner hin. Man scheitert. Aber genau das ist der Punkt, dass man endlich da hinkommt und sagt, das kann ich nicht schaffen. Ich brauche Hilfe. Und Jesus sagt, genau darum bin ich gekommen, um das ganze Gesetz zu halten. Und das Gesetz wird im Glauben an mich erfüllt. Das heißt, als Jesus auf der Erde war, alles gehalten hat, als er gekreuzigt wurde und vor allen Dingen, als er auferstanden ist, da hat er damit illustriert, ich habe es geschafft, ich habe es vollbracht, sagt Jesus. Und ich bin auferstanden und ich nehme euch, wenn ihr mit mir verbunden seid, huckepack und werfe euch samt mir über diese vier Meter Latte. Und dann habt ihr es geschafft. So einfach ist es. Und das wird illustriert, so weitergegeben in Apostelgeschichte 13. Da heißt es, so solltet ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, Schwestern sind mit eingeschlossen, selbstverständlich, dass euch durch diesen die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das heißt also, wenn jemand da hinkommt und sagt, es ist so schwer, ich kann es nicht halten, und man versucht es immer wieder, trotzdem, trotzdem, trotzdem hat man es nicht verstanden. Aber wenn mich das Gesetz oder die frommen Rituale oder die frommen Leistungen dazu bringen, dass ich sage, ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht, da steht Jesus hier und sagt, ich habe es geschafft und du kommst einfach mit. Jetzt haben wir die beiden wichtigsten Facetten des Gesetzes in seiner Grundbedeutung erfasst. Das Gesetz ist unhaltbar, aber gerade dadurch erkennt der Mensch endlich, ich kann nicht göttlich sein, ohne die Hilfe der Gnade Gottes, aber die macht es möglich. Und jetzt möchte ich erklären, was es heißt, trotz allem gesetzlich zu sein, und zwar eher so in seiner vorwurfsvollen Variante. Wer ist es denn? Wer ist gesetzlich? Das Kind vielleicht, ne? Warum bist du gesetzlich? Gehst du in den Zebrastreifen rüber, ne? Wäre doch cooler, mal so da hinten weiter rüber zu gehen. Wird es so auffallen, jeder wird dich sehen, ne? Wie langweilig. Wer ist gesetzlich? Na, ich denke, wir haben gesehen, es ist doch nichts Verwerfliches daran, wenn ein Mensch bestrebt ist, die Gebote Gottes zu halten. Überhaupt nicht. Es bleibt nur zu hoffen, dass er sie nicht hält, um dadurch gerettet zu werden, sondern dass er sie hält, weil er gerettet ist. Das ist der Unterschied. Das Erste ist gesetzlich, das Zweite ist gehorsam. Und ich werde euch jetzt zwei Varianten der Gesetzlichkeit zeigen, die im vorwurfsvollen Sinne gerechtfertigt sind. Das Erste ist eine sogenannte Gnade-Plus-Haltung oder Gnade-Plus-Theologie. Jawohl, ich habe es verstanden. Ich werde nicht gerettet, wenn ich Jesus nicht habe. Alles, was ich tue, macht keinen Sinn, wenn ich ohne Jesus durchs Leben gehe. Und das sind Menschen, die sich bekehrt haben. Aber es gibt Menschen, die sich bekehrt haben und trotzdem noch gesetzlich bleiben. Das heißt, die Gesetzlichen in dieser Hinsicht, die sind zwar gerettet worden und trotzdem versuchen sie aber, Gott immer noch zu zeigen, ey, rette mich doch, weil ich sowas mache, weil ich das einhalte. Das heißt, der Gesetzliche hält die Gebote Gottes, um gerettet zu werden. Der Gehorsame hält sie, weil er weiß, dass er gerettet worden ist. Der Unterschied ist, der eine sagt, ich will es werden, ich will gerecht gesprochen werden, weil du siehst her, wie gehorsam ich bin. Und das andere ist, ich bin es geworden. Das eine ist gesetzlich, das andere ist gehorsam. Das ist der Unterschied. Ich halte die Gebote, um gerettet zu werden. Das ist gesetzlich. Ich halte die Gebote, weil ich gerettet worden bin. Das ist gehorsam. Das eine ist Gesetzlichkeit, das andere ist gehorsam. Unsicherheit, das ist der Druck der Gesetzlichkeit. Dankbarkeit und Verehrung, das ist die Triebfeder des Gehorsams. Weil Jesus das, der mich gemacht hat, will ich das und das tun, möchte ich so und so leben. Der Gesetzliche kann allerdings im alttestamentlichen Sinne, sorry, im neutestamentlichen Sinne durchaus gläubig sein, aber er lebt seine alttestamentliche Art und Weise weiter. Er lebt gesetzlich. Natürlich schlachtet er keine Opfertiere. Er ist neutestamentlicher, das weiß er. Er lässt sich nicht beschneiden und hält auch nicht den Sabbat, obwohl es da mittlerweile auch schon wieder irgendwelche gibt, die das versuchen. Wegen seiner Bekehrung weiß er ganz genau, na klar, ich bin ein neutestamentlicher. Ich bin ein neutestamentlicher. Ich bin im neuen Bund. Dennoch sieht er im Neuen Testament keine Wegweisung für sein Leben, sondern eine Bedingung, um Rette zu werden, um selig zu werden. Es kommt also so eine Art, ich bin begnadigt worden, aber ich muss Gott noch etwas zeigen, damit er mich gerecht spricht. Ja, ich habe das mitgemacht, diesen Bekehrungsaufruf bin ich gefolgt, aber ich muss Gott das noch so richtig zeigen. Also so eine Gnade-Plus-Theologie, so ein Denken setzt ein und ihr macht aus Golgatha eine Teilerlösung. Im Grunde genommen ist der Gesetzliche allerdings viel, ist der Gesetzliche allerdings viel oberflächlicher als der Gehorsamer. Warum? Was macht der Gesetzliche? Der Gesetzliche, der geht in den Gottesdienst und guckt, bin ich richtig angezogen, sitzt meine Frisur, bei mir sitzt nicht mehr allzu viel, weil nicht mehr viel von Frisur übrig ist. Passt das alles, bin ich korrekt gekleidet, das ist der Gesetzliche und der Neu-Testamentliche geht in den Gottesdienst und fragt sich, wen kann ich heute in den nächsten anderthalb Stunden ein Segen sein? Wartet mal, was schwerer ist, schwer in Anführungszeichen. Seht ihr das? Das eine ist doch viel oberflächlicher. Der eine will von Gott geliebt werden und bietet ihm fromme Leistungen an, der Gehorsamer aber weiß, ich bin geliebt und er findet die Stimme seines Herrn im Neuen Testament und er geht ihr hörend nach. Johannes 10, Vers 27 Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und jetzt haben wir den Begriff Gehorsam, der setzt sich aus den Begriffen Gehen und Hören zusammen. Das heißt, der Gehorsamer ist unterwegs, ist on the move, wie man im englischen Sprachraum sagt, und hört dabei. Gehend, Hörend, Gehorsam. Und der Gehorsame, der mag auch den Zebrastreifen. Der Gehorsame mag den Zebrastreifen, weil er mag, der Zebrastreifen ist gut, der bringt mich sicher auf die andere Seite. Er freut sich, dass es ihn gibt. Vielleicht schickst du mal an deine Kreisverwaltung eine E-Mail, danke für die Zebrastreifen in Lemgo. Wollte ich nur mal so sagen, freue mich, dass die gibt. Also der Gehorsame freut sich über den Zebrastreifen, wer weiß, das Ding bringt mich sicher zur anderen Seite. Aber für den Gesetzlichen ist der Zebrastreifen nur die Form oder das Symbol einer Forderung. Und wenn ein Gesetzlicher einen Zebrastreifen sieht, dann löst das sofort eine Dienstverpflichtung bei ihm aus. Ich muss darüber in der genauen Schritt reinfolge. Und wehe, ich verpasse irgendwo einen Streifen oder so. Ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen. Der Gesetzliche denkt bei jedem Schritt, wehe, ich trete auch nur ein einziges Mal daneben. Der Gesetzliche hält die Gebote, um gerettet zu werden und erlebt quasi so eine Art Gnade plus Theologie. Das ist sicherlich die krasseste Spielart der Gesetzlichkeit. Aber auch die abgeschwächtere Variante der Gesetzlichkeit ist verwerflich. Und diese liegt in dem ständigen Drang, Gott zu beeindrucken. Das ist das Zweite. Diese liegt in dem ständigen Drang, Gott zu beeindrucken. Diese Leute tun das, was sie tun, damit Gott stolz auf sie ist. Gott, schau mal, wie gut ich das hingekriegt habe. Der will nicht dadurch gerettet werden, der weiß das. Ich bin gerettet durch Jesus. Aber guck mal her, was ich mache, was ich leiste. Lukas 17, Vers 10. Was sagt denn Jesus zu den Leuten, die sich darauf etwas einbilden, dass sie alles gut gemacht haben? Er sagt, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, und das schafft ja kaum einer, oder gar nicht, sagen wir es mal so, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wird, so sollt ihr sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber der Gesetzliche meint damit, Gott, ja, ich bin gerettet durch deine Gnade, aber ich muss dich jetzt noch ein bisschen beeindrucken. Der Gehorsam ist dem gegenüber aber beeindruckt von Gott. Weißt du den Unterschied? Der eine will Gott beeindrucken durch das, was er macht, der andere ist von Gott beeindruckt. Philippa 3, Vers 12. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wer von euch kann das aus der vollsten Überzeugung seines Herzens sagen, ich bin von Jesus Christus ergriffen, ich bin von Jesus Christus beeindruckt. Ich muss ihn nicht beeindrucken, aber er hat mich beeindruckt, dass ich das tue, was er sagt. Das ist meine Motivation. Es gibt jetzt noch weitere Varianten. Ich will das hier aber ein bisschen schneller machen, um euch nicht zu überfordern, ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Ich will es einmal nur kurz aufblenden, aber nicht groß was dazu sagen. Die weiteren Varianten wären zum Beispiel so Traditionen ohne biblische Grundlage, dass man einfach irgendwas macht. Oder indem man persönliche Erkenntnisse zu einer allgemeinen Verpflichtung macht. Mir ist das wichtig geworden. Jetzt müssen das alle tun. Das andere ist so Nebensächlichkeiten zentrieren oder zum Beispiel aus Geboten Verbote machen. Da gibt es so einige Sachen. Oder dann so einen Frömmigkeitsstil zu prägen mit Bindungswirken. Das greift alles so ein bisschen ineinander über. Das sind so weitere Möglichkeiten, wie man Gesetzlichkeit lebt und woher man auch dann sein Gottesbild ableitet. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht mal weiterhin so eingenommen, sondern ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Und zwar der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Gehorsam. Und das euch noch einmal so zu zeigen. Der Gesetzliche sagt, ich muss. Der Gehorsame sagt, ich will. Der Gesetzliche hält das ein aus Pflichterfüllung. Der Gehorsame aus Dankbarkeit. Der Gesetzliche hält es ein, weil er gerettet werden will. Und der Gehorsame sagt, weil ich gerettet worden bin, mache ich das. Der Gesetzliche sieht in den Geboten eine Vorbedingung des Heils. Und bei dem Gehorsamen ist es eine Folge des erlangten Heils. Und der Gesetzliche will mit dem Halten der Gebote Gott imponieren. Aber der Gehorsame sagt, ich bin von Gott imponiert. Und deswegen möchte ich so leben, dass es ihm gefällt. Und zum letzten Punkt, der Gehorsame ist, und ich hoffe, das haben wir jetzt herausgefunden, nicht gesetzlich. Weil oft wird dieser Vorwurf jedem Christen nachgesagt, der es mit der Bibel halt ein bisschen genauer nimmt. Ja, bist du gesetzlich. Aber wenn du etwas sagst, was der andere vielleicht nicht einsieht, dann sagst du ihm das ja nicht, tu das, um gerettet zu werden, sondern, ey, tu das doch, weil du es bist. Sei doch Gott dankbar. Und manchmal wird gesagt, ey, du bist ein Spießer. Ja, du nimmst immer alles so genau. Nein, du willst kein Spießer sein. Aber wenn man den, aber wenn man jetzt, machen wir es doch mal, sind wir doch mal wieder bei unserem Verkehrssymbol. Wenn man jetzt jeden, der den Zebrastreifen benutzt, als Spießer verurteilt, dann hat man doch nur ein Scheinargument gefunden, um zehn Meter links vom Zebrastreifen seine angebliche Freiheit zu demonstrieren. Ja, toll. Aber das kann es ja letztendlich auch nicht sein. Man kann nicht, man kann nicht jeden Hinweis auf biblisches Fehlverhalten mit dem Vorwurf einer Gesetzlichkeit bagatellisieren. Das geht so nicht. Also ich denke mal so, wenn die Sachlage so wäre, wie die damals im Paradies war, also wäre die Geschichte des Garten Edens heute, in unserer heutigen Zeit, dann würde wahrscheinlich, nach dem ersten Einwand, den Eva gegeben hat, kennt die Geschichte ja, wir möchten sie mal von dieser Frucht probieren. Und Eva hat dann gesagt, nein, Gott hat verboten, wir sollen nicht von diesem Baum essen. Wisst ihr, was die Schlange heute im Jahre 2020 zu Eva sagen würde? Sei doch nicht so gesetzlich. Wahrscheinlich wäre das ihre heutige Taktik. Also, der Vorwurf, du bist gesetzlich, ist nicht selten ein Alibi, weil man eindeutig erkennbare, nordtestamentliche Wegweisungen nicht sehen will, um dadurch zu gesunden oder in der Heiligung voranzukommen. Denn dafür ist das Halten der Gebote auch wichtig. Ich fasse zusammen. Religiös, aber nicht wiedergeboren. Das ist die Gesetzlichkeit in seiner krassesten Variante. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Sache mit der Beeindruckung. Da ist ein Mensch, der weiß, er ist gerettet, er ist angenommen, aber er verfällt in einer Art Gegenleistung. Er lebt eine Gnade-Plus-Theologie, welche die Leistung von Golgatha schmälert und versucht, sie durch seine eigene Leistung zu ergänzen. Er will Gott beeindrucken, aber Gott ist nicht beeindruckt. Stell dir mal Folgendes vor. Du fährst gleich nach dem Gottesdienst nach Hause, mit deinem Roller oder mit deinem Auto und du fährst durch die Lemgore Innenstadt am Bahnhof vorbei und du fährst 50 und ein Polizist sieht das. Der ist jetzt beeindruckt. Der Polizist ist so beeindruckt, dass du 50 fährst. Der schreibt sich jetzt gleich mal dein Kennzeichen auf und richtet eine Belobigung aus. Die sollen dir mal was schenken oder so, Spritgutschein oder so, weil du bist 50 gefahren. Der Polizist ist beeindruckt. Der ist überhaupt nicht beeindruckt. Das ist ganz einfach. Wenn ihr alles getan habt, was ihr zu tun seid, schuldig, dann spricht wir so ein unnütze Knechte gewesen. Nein, die Gebote sind nicht dazu da, um gerettet zu werden, sondern sie sind dazu da, weil ich gerettet bin. Ich höre die Stimme meines Herrn im Neuen Testament und gehe dieser Stimme hörend nach, gehorsam, weil ich von Gott beeindruckt bin und das macht den Unterschied. Sind wir also auf der Hut, wenn wir selber in der Gefahr stehen, gesetzlich zu werden? Und da müssen wir auch ein bisschen radikal sein und uns sofort dagegen wehren, denn sonst verabschiedet sich die Freude aus unseren Gemeinden. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch nicht jedem, dessen Lebensweise uns ärgert, eben weil er es mit diversen Bibelstellen etwas genauer nimmt als wir, sofort abstempeln als du bist gesetzlich. Vielleicht ist er oder sie oder dieser Mensch nur gehorsamer als wir. Vielleicht, weil er oder sie sensibler ist, auf die Stimme Gottes zu hören, gute Wege geht, die uns noch nicht aufgefallen sind. Das Beste ist, man liest einfach immer und immer wieder nur die Bibel und gibt der Bibel in ihrer Selbstaussage den unbedingten Vorzug vor Auslegungen und Büchern und erst recht vor dem Bauchgefühl. Manche Gemeindestunden werden vom Bauchgefühl dominiert. Auf diese Weise hat man eine große Chance, ein ausgewogenes Bild von Gott zu bekommen, um nicht gesetzlich zu werden, sondern um gehend zu hören. Ich wünsche euch zum Abschluss meiner Predigt ein fröhliches und konsequentes Leben als Christ, was in den Anweisungen der Bibel Dinge sieht, die mich immer weiter in der Heiligung voranbringen als Gotteskind und die mich gesunden lassen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Gott mit euch. Amen. Amen.